Jungs, habt ihr den neuen Trikot noch gesehen? Nein, du? Das habe ich noch nicht gesehen. Eben, ich auch noch nicht. Es sieht mir mega wunder, wie es aussieht. Sollt ihr rauskommen, oder? Ja, habe ich auch gedacht. Schaut hier, das neue Trikot. Auf Insta. Ja. Ja. Die Trikot. Nein, du? Ja. 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 Ja.